Was ist nicht nur für die IT, sondern für das gesamte Unternehmen lebensnotwendig, wird aber trotzdem gerne mal vergessen? Sind es A. Backups, B. das Patchmanagement oder C. die Redundanz? Natürlich alle drei, aber am wenigsten beachtet wird dabei meist das Patchmanagement. Als IT-Leiter hat Fred die Aufgabe, die Infrastruktur in seinem Unternehmen zu überwachen und identifizierte Schwachstellen frühzeitig zu beheben. Jede Komponente in der Unternehmens-IT läuft mit unterschiedlicher Soft- und Firmware. Erschrocken stellt Fred fest, dass diese teilweise nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Mit Patches können Sicherheitslücken behoben und andere Fehler korrigiert werden. Diese Softwarekorrekturen sind essentiell, um den Einfall von Malware zu verhindern, egal ob ein Unternehmen 10.000 oder 10.000 Mitarbeitende beschäftigt. Wenn pro Tag durchschnittlich 350.000 neue Schadsoftware-Varianten registriert werden, wird auch Freds Unternehmen mit veralteter Software früher oder später Opfer von einem Cyberangriff. Zudem wird mit Patches auch eine verbesserte Benutzererfahrung gewährleistet. Selbst für die Einhaltung von Standards und Vorgaben wie die DSGVO ist Patchmanagement häufig Voraussetzung. Den Überblick über neue Patches zu behalten, ist bei der immer steigenden Anzahl an Anwendungen und Geräten sehr zeitaufwendig und daher ohne eine Patchmanagement-Lösung häufig nicht realisierbar. Dabei haftet die Geschäftsführung persönlich für finanzielle Schäden, die durch aktive Präventionsmaßnahmen hätten verhindert werden können. Langfristig gesehen rechnet sich also das regelmäßige Patchen von Anwendungen immer. Die Frage, ob es dazu eine Patchmanagement-Lösung braucht, kann deshalb in den meisten Fällen klar mit einem Ja beantwortet werden. Und genau aus diesem Grund wendet sich Fred an Tim von SVA, mit dem er in Zusammenarbeit die Anforderungen seines Unternehmens an ein Patchmanagement erarbeitet. Anhand dieser Anforderungen und des Budgets, das Freds Unternehmen für ein softwaregestütztes Patchmanagement zur Verfügung stellt, wählen sie das passende Tool aus. Im Anschluss wird Freds gesamte Abteilung geschult, damit der Einstieg in die Administration erleichtert wird. Ist die Lösung von SVA implementiert, übernimmt es das Patchen, beispielsweise von Third-Party-Applikationen, automatisch, wodurch die IT-Abteilung dauerhaft entlastet wird. Und auch zukünftig wird Tim Fred bei Problemen und weiteren Fragestellungen hilfreich zur Seite stehen. Was SVA einzigartig macht? Die Beratung erfolgt vollständig herstellerneutral. Tim kann auf das gesamte SVA-Portfolio und somit auf eine Vielzahl von Partnersoftware zurückgreifen, um Fred genau die Lösung zu bieten, die am besten zu seinem Unternehmen passt. Und häufig werden beim Patchmanagement nur einzelne Geräte wie Laptops und PCs berücksichtigt. SVA hingegen betrachtet Patchmanagement ganzheitlich und bezieht dazu alle Komponenten der IT-Infrastruktur mit ein. Vom Smartphone über den Drucker bis hin zum Switch. So ist Freds Unternehmen in puncto Sicherheit wieder optimal aufgestellt. Patchmanagement mit SVA. Einfach, sicher, automatisiert und nachhaltig.